ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ja, Kevin. Wenn du sagst Kevin, Nick, das totet ihn in der Mechadrom. Grandunkel. Auf jeden Fall. Ja, ich wollte ihn confirm. Wenn ich von Kevin sage und er es hört, Junge. Okay. Man erwartet... Man erwartet... Man erwartet... Der Schlimmste ist, der Leon redet so viel, dass es extrem schwer ist, dahinter zu kommen, was er sagt, ey. Double time. Double time, Leon. Ja, was viele nicht wussten, Leon ist eigentlich professioneller Rapper. Ja, Kollege halt, ne? Nein, so gut bist du auch nicht. Dafür bist du zu feminin. Uns hat so wenige Bizeps. Hallo, 60er. Was? 60er, ja. Oh, den schnapp ich mir diesmal. Ey, Niklas, du sollst mal kurz stehen. Nee. Ja. Jo, da ist einer gestorben. Ich hab's geschlafen. Ich hab's geschlafen. Ich hab's geschlafen. Ich hab's geschlafen. Mit der... mit der Gun beschossen. Hi, Kevin. Die haben... Boah, jetzt hier ne G-Up, ey. Guck mal, habt ihr schon bemerkt, dass auf dem Boden wirklich so Lego steht? Ach, wirklich? Boah, Junge, du bist ja... Dichtiger... Businessman. Boah, das ist ne Lego-Map, oder? Ist mir noch gar nicht so aufgezählt. Boah, irgendjemand ballert mit dem Crossbow. Mir ist aufgefallen, dass doch diesen... diesen... diesen Noppel-Dinger da das sogar draufkommt, der Name. Aber man kann die Gläser nicht kaputt schießen, ne? Boah, ich hab, äh, ne... Esko auf mich geballert. Ich? Ja. Ich hab ne Shotgun die ganze Zeit in der Hand. Hä, durch manche Gläserteile kann man durchgehen, ist das euch schon aufgefallen? Ja. Was? Aber hier... Hier, guck mal, hier kann man durchgehen, auf einmal. Ja, wir sind auch gar keine Gläser. Das ging schon die ganze Zeit. Ja, aber daneben an sind Gläser. Weil die kann man nicht damit schießen. Nee, ich glaub, hier sind einfach keine Gläser, sondern hier sind ja diese Dinger in der Mitte da. Kevin war safe. Eben. Irgendjemand hat da gerade den Crossbow-Schuss verkauft. Das war auf jeden Fall nicht Mokka, weil Mokka hätte mich geschehen. Ich weiß auch nicht, ich war neben Perry. Äh, neben, ey, Matze. Ich war auf in der Mitte die ganze Zeit rum. Hey, Leon, komm wieder zur Tankstelle. Hä? Wo bist denn du? Komm zur Tankstelle. Wo bist du? Perry. Ja? Hey, Perry. Ja? Das ist Matze. Wo bist du denn? Hier ist Perry bei mir. Hey, Klass. Ja, ich bin bei der Tankstelle. Ach, du bist bei der Tanke? Komm zur Tankstelle, wo bist du denn? Ja, ich hab dich gar nicht gesehen. Ja, ich hab dich gar nicht gesehen. Geh weg, Perry. Ohne Scheiß, ich wette, es ist Mokka. Da. Ich wette, es ist Perry, weil Perry campt diesmal nicht, sonst campt der immer. Kannst du, kann man hier in die Ecke dran? Nee, nee, hier kannst du auch nicht. Oh. Geh weg, Perry. Such dir einen Camperort. Ich kam irgendwie nicht mehr ins Auto drauf. Du solltest weggehen. Ich hab gesagt, geh weg. Mokka, Mokka. Oh, da wurde grad jemand gehört, das ist. Mokka, Mokka ist das. Gar nicht. Lol. Einer hat grad Niklas mitgehauen. Mokka hat hier einen Crossbow gehabt. Dann müsste der letzte Mordrack sein. Gut getroffen. Oh, jetzt das harte 1 gegen 1 Clan Battle. Leon. Was denn? Komm her. Kevin. Gegen Leon. Oh, jetzt. Oh, shit. Das ist also Zeit, Kevin. Komm, hol dir auch einen Shotgun. Ja, so spiele ich nicht mit dir. Nix Shotgun. Was denn hier noch so? Oh, shit. Oh, shit. Hat er noch? Yo, er hat einen Crossbow einfach. Hm, der hat sich deinen Crossbow, Bro. Nein, nein. Meiner hatte keinen Schuss mehr. Ja, wo bist du? Beißt du dich, oder? Der hat sich einen eingekroft. Oh, die laufen jetzt halt im Kreis. Jetzt finden sie sich, glaub ich. Oh, Kevin. Nein, Kevin. Guter Schuss. Guter Schuss. Guter Schuss. Ja, okay, der stand da rum. Ja, der stand da rum. Ja, der stand da rum. Aber wie ich wieder akkurat habe. Aber wie ich gesagt habe, entweder Mottag oder Mucca hat mit Crossbow auf mich geschossen. Nein, okay, nein. Ja, Niklas ist rausgeflogen gerade. Hm, hast du nicht, machst du umgekehrt gesagt, der Mucca ist das nicht? Weil das habe ich verstanden. Ich habe danach dann gesagt, der Mucca war es eigentlich nicht, weil sonst, der trifft mich normalerweise. Ja, genau, in dem Moment hat er dann hier Niklas und so noch weggemacht. Und dann habe ich auf dich geschossen, als du gekillt hast. Wenn Niklas ist gegangen, warum ist die gleich aus dem TS? Niklas hat keinen Bock mehr auf uns, er ist geragequittet so. Genau. So wie Kevin immer. Er ist gestorben und er hat gesagt so, keinen Bock mehr auf euch, so. Macht der Luca immer und deswegen wollen wir nicht mal mit Luca aufnehmen. Wenn ich gleich toll bin, das ist Harry. Der Luca, der ist komplett geragequitt, nach Schweden weg. Harry, Harry, Harry. Hallo, Shalom. Hallo, Shalom. Abi, jetzt hoffen wir uns. Okay, lass den Mucca. Ich bin immer, das kann ich hier verrichten. Ich werde nicht auf dich schießen. Harry? Bei ihm auch stehen. Komm, geh dich selbst. Komm. Harry ist es. Du kannst nämlich, wo ich's mehr mag schießen, ne? So lange, so lange. Womit kann man schießen? Guck mal, was ist das für komisches? Wenn du hier in dem Haus drin bist, ist das Gefängnis offen. Schau mal auf das Gefängnis. Ist das bei dir offen? Okay, Perry ist safe. Okay, dann renne ich dir hinterher. Aber was habe ich mit dieser Dessertiegel gewonnen? Die ist total okay. Shadows ist es. Shadows und Perry. Ne Mortat, Leon, Leon ist es. Leon ist es. Boah, Mucca! Mucca, Junge, der macht's einfach. Aber mannst du, das war bestimmt offen, oder? Ne, das ist nicht. Der Mucca, Junge, ist mit dieser Dessertiegel nicht. Der Kamer hat gerade Dauerfeier. Mit welcher? Mit der Golden Dessertiegel. Der Detective kann damit unendlich schießen. Ja, aber echt? Es passiert nur einen Schuss? Ja, bis er einen trifft. Wenn der vor den anderen einen gibt, dann hat er immer noch einen Schuss, oder wie? Ja, okay, das ist aber die Frage. Ist es legitim, oder nicht? Ich finde es eigentlich ganz gut, weil sobald der halt nicht den Traitor trifft, ist Ende. Ja, ja. Will der mir mal die Waffe geben? Uh, Shadows ist es. Shadows ist es. Er schießt auf mich. Kann ich wohl auf die Schwester? Wie kann ich das bloß? Was? Oh Mann, schon wieder in den Schuss. Was will ich jetzt testen, aber? So langweilig. Oh, wie wäre das denn? Was ist denn das für eine Degel? Wir sind ja. Wollen wir Freunde sein. Ja, lass uns Freunde sein. Hi Kevin. Ne, ich komm da nicht rein, schade. Ich will kein Freund mit Kevin sein. Ja, hast du. Hey! Hey, wo ist Fabi? Fabi! Geh nicht Fabi! Dion! Den noch vor zu. Gut, tschüss Leute. Oh, okay. Ich bin froh. Okay, machst du's froh. Okay, ich glaube die Degel ist doch etwas OP. Wir müssen mal wieder die Alte nehmen. Ja, ich hab die aber richtig um aneinander kommen. Also, ich muss sagen, ich hab grad die Degel getestet, die ist doch ein bisschen OP, so muss ich sagen. Elia. Was machst du jetzt? Elia, komm mal her. Es tut mir leid. Komm mal her. Vielleicht mal hier hin. Da drauf. Ja. Einfach hinstellen. Wieso? Ja, ja. Hinstellen? Okay. Wer ist denn da? Der macht Sinn. Das ist so eine richtig gute Brücke, Alter. Oh toll, eigentlich bräuchte ich noch. Kevin, komm mal zur Polizeisituation. Station, lass Keh. Und lass Leon hoch. Wo sind die? Ja, da wo du die Insta Derby geworfen hast. Ja genau, andere Seite. Ich hab immer mit einer Crowbar auf mich geschlagen, ich hab ne Crowbar gehört. Ach, da hinten. Das ist Kevin. Oh, ich mag das nicht, wenn du die ganze Zeit mit der Shotgun rumläufst, ja. Jetzt komm jetzt, ähm, Kevin schau dich mal unter dieses, Kevin schau dich mal unter mir. Du musst dich hier so hinstellen, wo ich grad stehe. Die ist in der Parry gestorben. Ach, wo ich stehe musst du hin. Warte. Ey, du musst stehen, Kevin. Du musst stehen, Kevin. Du musst stehen. Ihr kommt da nebenbei auch ohne Jumpin, ne? Auf die Police Station? Ja. Ich habe, äh, ich habe Fabi verbraucht. Ach Gott, ey. Geht mal hinter dir, geh mal hinter dir aufs Auto. Genau, aufs Auto drauf. Und von da aus könnt ihr in das erste Glas springen, weil da könnt ihr euch durchbacken. Und dann könnt ihr da zu Shadows durch. Okay, Matze will mich töten. Ne, ich will nur beobachten, was du machst. Ich bin aber da oben drauf. Jetzt, warte mal Kevin, bleib mal genau da stehen. Genau da stehen. Ja, das ist eben die Sache. Matze ist safe, aber Fabi schaut mich trotzdem dauernd an. Ach, du bist da hinten? Parry? Ist Parry noch so? Hallo? Okay, hier hat jemand Parry getötet. Ja, gut. Fabi! Und Kevin! Gut getimed. Oh, der Matze packt deine Skills aus. Komm! Matze, zeig was du drauf hast. Zeig was du gelernt hast. Geh da weg, weil ich hab meine Man-Hands bin gepackt. Boah, ich muss größere Waffe wechseln. Jawoll. Ich weiß, dass das Ding kaputt machen muss, damit die spawnen. Matze. Natürlich. Nein. Du solltest auch auf die Person schießen, nicht nur daneben. Kaputt. Wenn die dann die ganze Zeit so rumzappeln. Aber Fabi, das merke ich mir, ne? Fabi dürfte nie vertrauen, der ist immer Traitor. Das war mir irgendwie schon klar, weil Fabi sich hinter mich gesneakt hatte. Hier ist nämlich auf dem Server so eingestellt, umso sch... Das mit dem Sneaken war ganz ehrlich zufällig. Ich bin irgendwie... Also ich wollte mich von dir fern erhalten, aber... Das aus dem Fernhalten würde leider einem immer näher kommen. Und ihr müsst nämlich wissen, hier auf dem Server so eingestellt, äh... Eingestellt, umso schlechter ihr seid, desto öfter seid ihr Traitor. Deswegen ist der Fabi eben auch Kreml enteinander. Deswegen ist Kreml immer so auch Traitor. Okay, danke. Kreml ist doch voll der Profi eigentlich. Ja. Yo Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ-Video und unten den letzten TTT-Part. Haut raus!